Die Welt sei gekommen. Die Welt sind viele Namen. Wir haben diese Leute immer für Pessimisten, Fanatiker und Irre gehalten. Aber es basiert auf mathematischer Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen früher oder später recht behält. Ob die Leute in diesem Büro mit all ihren Alltagssorgen wohl ernsthaft erwartet haben, das Ende der Welt mitzuerleben? Oder ob sie wussten, dass dies hier eine perfekte Scharfschützenposition ist? Die Welt ist eine perfekte Scharfschütze. Spauw100er Spauw100er WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup